... für dieser Freistoß Spanns von Svané. Gnabry. Gnabry, Kastelsmüller, Pfarrer da unten. 1-0 für die Bayern. So, wir kommen hin und überprüfen alle. Nato Steffen fürs Erste dazwischen. Gnabry, Svané, Müller. Oh, ist das gut. Ist das gut. 2-0. Also, erstmal der siebte Doppelpass. Gnabry und Svané. Aber was Thomas Müller... Svané. 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 Ui. Doppelschlag. 3-0. Leroy, Svané. Svané. Fünftes Saisontor. Svané. Und Lewandowski. 4-0. Und somit hat er diesen Rekords von Gerd Müller... Nicht nur eingeholt, nein, jetzt aufgebrochen. Neu aufgestellt seit 43. Tor in diesem Kalenderjahr. Svané. Alles regelkonform. Musiala... ... ...